Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mein Körper ist dazu da, ihn zu benutzen. Warum sollte ich sonst einen haben? Pierre. Ihr liebt euch nicht, Pierre und du. Das sieht man. Du hast dich in eine Form gepresst. Wenn das so weitergeht, wirst du als trockenes Brot enden. Wie findest du meine neue Flisur? Sie braucht Regeln. Das muss man ihr beibringen. Und das versteht sie durchaus. Weißt du eigentlich, was für ein Idiot du bist? 20! 20!